Moin Leute willkommen zu einer neuen Runde SkyBoss. Beispiel neuer SkyBoss. SkyBoss? SkyBoss? Uncut? Genau. Und ich wollte was sagen. Einfach eigentlich nur zum ankündigen. Morgen 14 Uhr ist ein Death Run. Falls ihr Bock habt mitzumachen. 14 Uhr. Am Samstag. Samstag 14 Uhr ist Death Run. Der erste Platz kriegt eine Rocket Cone Pro Air. Der zweite eine Autogrammkarte hat von mir. Und hat ein Full Bundle Cosmetics von meinen halt. Und der dritte Platz kriegt Cosmetics und Autogrammkarte auch. Und der erste natürlich auch ne Autogrammkarte. Also falls ihr Bock habt auf ne Autogrammkarte, auf ne Maus, auf Cosmetics. Dann schaut gerne morgen Samstag um 14 Uhr vorbei. Auf Twitch.tv slash Austrian Gaming. Ich stream das live. Der Death Run. Also falls ihr Zeit habt, Bock habt. Genau. Schaut gerne vorbei. Das war auch die Ankündigung. Ich zumine. Du hast die Ankündigung. Ich zumine. Du siehst auf Corona. Ich komm da. Wie. Hör dir schrappeln. Du siehst auf Corona. Er ist auf der Inn. Leck. Bist du so. Hammer ihn. Super. Der letzte ist auch noch irgendwo im Leben. In der Mitte. Den holen wir auch noch. Lasst gerne einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja. Wir werden ihn jetzt nächstes Jahr nicht mehr so oft streamen, weil ich einfach keine Lust mehr habe, wie ihr wahrscheinlich eh hört gerade. Aber ich möchte noch den Deathlander machen. Aus euch versprochen. Genau. So, können wir jetzt den endlich töten? Irgendwie kommt er. Und dann ist es da. Perfekt. Tschüssi. Und dann ist es da am Ende. Perfekt. Tschüssi. Okay. Und Stormman einfach, weil es mich eh nicht juckt. Okay, wir sind da halt. Okay. So. Nice. Und da haben wir ihn. Super. Das war's dann mit der Runde. Das ist genau ein Like da. Hängt dir das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. schon mal den Abstorn. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wir haben Ch Unbelievable. Bis zum nächsten Mal.